Mountainbike Mountainbike ist für mich ein einziges Gefühl von Freiheit und vom Einklang mit der Natur sein. Das ist immer schon eine Sache, die mich immer antreibt und mein Leben lang begleiten wird. Es war wirklich ein schönes Gefühl, fast über ein Jahr nach einem schweren Unfall wieder fahren zu können und dort weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Und das ist immer wieder 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 Wacken Und das ist immer wieder Wacken Und das ist immer wieder Hit me hard Hit me Hit me hard Hit me hard Hit black between the eyes Wanna see the stars Hit me Hit me Hit me me Untertitelung des ZDF, 2020